ok leute herzlich willkommen eine weitere folge von roblox leute ich werde heute heute glitsch ist also glitsch zeigen die glitsch zeigen die im roblox in dem spiel was war das denn jetzt sind bei einem horrorteil wir haben die popcorn sind jetzt gerade erstiegen 23 schon fast bei 30 abos wenn man die noch marken gibt es ein ganz neues battle spiel ich weiß nicht wie das geht weiß jetzt nicht leute wenn ihr den kanal abonniert ich habe sogar bp habe bp sogar rechte ich habe bp rechte also so kann auch aus dem fenster schauen ich habe da mit roblox es wusste mit roblox ausgeht das kostet die wieder droht das kann man hier kaufen aber das habe ich jetzt schon gekauft weiter da kommt es voll sicher und ich habe noch was radio radios da weiß ich was das auge dieser tischlappe auge ich muss mal kurz diesen nachrichten druck machen weil er kann immer von dieser blöde ich kann nicht immer nachrichten hör mal auf zu decken bitte warum leuchtet er sich da weiß ich auch nicht das ist irgendwie ein Batsch oh bitte und es gibt noch was wenn man hier reingeht gibt es ein disco ups tschuldigung ich habe dich erschreckt und da nicht schon wieder der da ach komm die tun hier immer welche immer die gleichen monster äh 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 ich bin heute bisschen schreckhaft das beleidig warum sind jetzt die teilen nicht mehr da was machen wir uns doch da ja jetzt so der erste clitsch hoffen ich bin heute jetzt kann ich die äh aktivieren das war leid jetzt so eigentlich muss es doch funktionieren jetzt 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 ah schade oh man du doch rein Glitch doch hier rein, ne? Ja, ja, ja. Ja. Ja, es geht. Leute, das ist mit der Popcorn Glitch. Der Popcorn. Ich kann über Deutsch reden. Ich kann über Deutsch reden. Äh. Und ich bin jetzt irgendwo gesorgt. Schwarz. Schwarz. Ähm. Das gibt's sogar auch. What the? Ich kann aber mit dem auch glitschen, ne? Ich kann auch mit dem glitschen. Komm, gib doch mal rein. Mal Gipfie sterben gehen. Oh mein, Roblox ist so komisch. Hey, what the? Ähm. Habt ihr das gerade gesehen? Jetzt muss ich das Video nochmal anschauen. Und ich muss das Video anschauen nochmal. Das Video irgendwie wieder nochmal anschauen. Oh, ah. Okay. Okay. Okay, da läuft einfach hinterher. Oh mein Gott. Da kommt der voll näher. So. Hey, wo ist das? Das hier. Schau mal, hier gibt es noch ein neues. Hier. Das ist jetzt ja auch ein Glitch. Ich versuche da irgendwie hinzugehen, aber... Schau mal, guck mal. Pizza time. Pizza, 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 pizza time. Oh nein, jetzt geht das WLAN wieder nicht. Verdammt. Oh Mann. Ich muss jetzt kurz abbrechen, weil das WLAN echt nicht wusste. Cheeseburger Apocalypse. Okay. Okay. Okay, Leute. Jetzt müssen wir das auch irgendwie anders machen. Haben wir nochmal dieses Flasche? Ja, ich will. Sob. Die geht ganz schnell. Pass mal auf. Hm, hm. Okay, Glitch doch da einig, Alter. Ähm. Erbete Glitch einig. Ohne Sicht. Oh, warum geht denn das? Manchmal geht es nicht schade. Und jetzt geht man wieder nicht. Hört mir leid, das WLAN ist heute echt ein bisschen komisch. Ich habe nämlich die Kabelbox-WLAN. Und immer gut. Immer blöder. Immer nicht gut. Ah, Mann. Oh nein, nicht der schon wieder. Nein. Guck mal. Guck mal. Mist, das kann man nicht sehen. Das ist nicht passiert. Nein. Läu, warum geht das immer so blöd? Dann bewege ich mich nicht. Oh, komm, Glitch doch da einig, Alter. Pff. Oh, Paula, bitte komm. Ich bitte, bitte komm. Läu, komm, ich doch mal. Ein. Tut mir leid. Ähm, okay, Leute. Äh. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Warte, warte. Oh, ich habe meine Langsamkeit verloren. Die Bücher bringen nix. Die Bücher bringt nix um. So, mit Radio. Warte, ich habe eh die Radio aktiv. Spaß. Äh, warte mal. Was ist das? Oh, nicht schon wieder der Tro... Ist wieder dieser Junge. Okay. Kann man nicht den wieder reingrutschen? Ich habe das auch mal schon mal probiert. Ja, mit dem... Mit dem... What the... What the fish? Was war das denn? Küppi. Äh, mwah, warum geht das nicht? Hm, 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 hm. Dann kriege ich nochmal was, hä. Wie sau. Rosi. Na, warte. Ah, das ist ja verpackt, leider. Na, das ist... What the... So. Ey, Leute, guck mal. Ich war schon fast da reingeklutscht. Nur einmal fast. Wir haben die unsichtbare Wände eingebaut. Das kann auch sein. Das kann sein, dass die unsichtbare Wände eingebaut haben. Aber du kommst jetzt nicht mehr rein. Au. Na. Da. Mann, also auf. Ha, ha. Bingo. Bingo. Nur mein Tanz. Gefährlich. Wunsch mal geht's nicht mehr, Schott. Mein Tanzgefährlich. Hm? Na, wie... Wie funktioniert das... Äh, äh... Na, warte, jetzt muss ich was eingeben. Wenn du kannst, ich hab's getan, macht dir einfach Slash... Äh... Slash... Äh... Automatisch... Oh, mein Gott. Hier ist die... Hier ist die Nummer. Hier ist die Nummer. Äh... 754... Äh... Hallo... 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 Komm jut... Ich muss die Brutto noch ändern... Ich muss die Brutto noch ändern... Letzte, zweite...